Ok, und los geht's. Ich habe einen Speech-Stack gehabt, aber will auch für ihn gegen jemanden fallen. Ich habe mich gerade auf deinen Chat konzentriert und habe mich richtig aufs Rennen aufgepasst. Egal, trotzdem, zweiter, dritter, erster, tschüss. Oh Gott, als ob. Bist ich das dann? Ja klar bin ich, was meinst du denn? Soll ich dich anlügen oder was? Du kleiner Dreckser. Nanopower Man ist vor mir. Oh shit. Nicht Nanopower Man. Und, ach schade, ich dachte, er fällt runter. Die Map kennen wir noch nicht, oder? Äh, ne. Also ich zumindest nicht. Da hab ich die komischen Radiosender ausgebildet. Was hast du denn? Rebellradio. Ah, das ist dieser mit den ganz alten Songs, ne? Oh ja. Aber er hat auch seinen Style. Irgendwie schon, aber da läuft halt nichts Gutes. Das ist halt nicht wie bei Fallout, wo was cooles läuft die ganze Zeit. Nein, Fallout ist einfach mega, was Radio angeht. Ey. Bioshock aber auch. Okay. Ähm, was ich cool finde, ist, ähm, in Fuckcraft 4 ist auch nice. Ja, das hab ich ja nicht so weit gespielt. Okay. Äh, wir könnten das vielleicht nochmal zusammenspielen, Chris. Ist das auch gut zum Streamen, weil du kannst ja diese ganzen, ähm, Story... Ja, ich hab aber meinen Account nicht mehr, wo ich Fuckcraft 4 drauf hab. Ach so. Okay. Ich hab gedacht, das hättest du jetzt noch so rumblieben. Sonst würde ich ja auf meinem neuen PC weiterspielen, aber ohne Account ist schlecht. Okay. Ähm, gerne auch Rückmeldung im Chat, äh, zu geben, was die Soundqualität angeht. Also, ob man alles gut versteht. Das kann ich halt... Dich versteht man sowieso nicht. Genau. Ich muss erst mal nicht verstehen, ne? Ja, aber du knackst die ganze Zeit. Was ist mit deinem Mikro gerade los? Ich knack so, okay. Ja, du knackst so ein bisschen. Ah, das hat ein bisschen lauter gestellt, aber... Okay, das kann nicht anders knacksen. Ist ja schön. Aber nicht während dem Rennen. Doch, bitte während dem Rennen. Ich bin übrigens wieder Dritter. Ich seh dich. Siehst mich? Zwei. Oh, ich bin zweiter. Oh, da wäre ich fast runtergeflogen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich runtergeschwiffst. Ja, denn in diesem Rennen raste ich aus. Ich kenn die Menschen nicht mehr. Ich kenn die Menschen nicht mehr. Das erste Mal. Oh, jetzt wird der erste richtig weggerannt. Hast du gesehen. Ja. Oh, das ist nice. Oh, schade. Ich hatte zu ganz. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Zuschauer? Wie geht's dir? Ja, doch. Alles gut. Alles super. Alles freshalicious. Ähm, ich bin grad irgendwie falsch. Oh ne, war doch richtig. Oh, es sind zwei Runden. Es sind zwei Runden. Oh mein Gott. Ich hab's so verkackt. Ahhhh. Bist du, du hast noch die Chance. Du hast noch die Chance. Nee. Das hab ich halt gar nicht schon verkackt. Es sind zwei Runden. Du kannst alles schaffen. Glaub an deinen Traum. Und der wird wahr. Oh, dann hat jemand auch was verkackt. Du lässt ihn durch die Ferne lassen. Welcher Platz bist du? Ich bin Platz 2. Immer noch. Krass. Leider. Ich wär gern Platz 1. Aber der Erste lässt mich nicht. Der will das nicht. Nee, der hat irgendwie keinen Bock drauf, dass ich Erster werde. Aber irgendwann muss man auch mal in Rente gehen, weißt du? In Rente, wieso? Ja, weil der schon so lange auf Platz 1 ist. Er muss mal langsam abtreten. Ja, mach mal. Sock mal auf die frühzeitige Rente. Frührente in Anmarsch. Hallo. Hä? Wie hab ich grad jemanden überholt? Wie? Wann, hä? Kennst du diesen Moment bei GTA, wenn du einfach fährst denkst? Oh, hä? Wie hab ich das jetzt überholt? Zu gut. Ey, du musst echt was an deinem Mikro machen gerade. Okay. Ist das eigentlich nur ein kleiner Handgriff? Oder? Kann schon entscheide sein. Vielleicht, wenn du runterfliegst, dann kannst du ja was machen. Ja. Der Erste hat gerade so viel Vorsprung, ich... Ich hab keine Chance mehr als Erster ins Ziel bekommen. Das macht mir seit dem Hoffnung Großtreig schon. Bitte! Aber du bist ja nicht mal nah dran, Erster zu sein. Nee, aber das macht mir gar keine Hoffnung, mir irgendwen noch zu bauen. Ich meine... Wie gesagt, der Dritte wurde vorhin voll gedreht, also vielleicht schaffst du den noch. Ich hab den nicht. Hat er halt echt ne super Packung bekommen im Tunnel. Vorhin. Ich glaub ich hab das sogar gesehen gehabt. Jaja, hast du gesehen. Hast du sogar gesagt. Aber nur kurz darauf, hab ich halt auch vor dem Infall gehabt, deswegen haben wir das überhaupt nichts getan. Also so überhaupt nicht. Dann ist natürlich schlecht. Jetzt kommt der Super-Tunnel wieder. Ja, Super-Tunnel. Ach, da bist du schon? Ja. Ach, Mami. Wird euch niemals aufhören. Ähm... Ich würd gern, gern nen Chat gucken. Das steht gerade. Wir sind zwei, uns geht's gut. Das freut uns. Wir sind auch zu zweit. Echt? So, Ziel! Schön, schön. Okay. Jetzt nur noch Dekoration. Okay, ich bin zu leise eigentlich. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil es ja in den Tests eigentlich gut war. Ich hab mich jetzt noch mal ein bisschen lauter geregelt. Ich hoffe, dass das nicht schon wieder dieses Kratzen kommt. Du meinst das Kratzen, was schon die ganze Zeit da ist? Ja, eigentlich nicht. Also war ja bei Orxmost eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Aber du hast dich ja lauter gemacht. Naja, jetzt hab ich mich wieder so mittelmäßig. Also so... Eigentlich müsste man mich verstehen. Welcher Platz bist du? Zehnter und du. Neunter. Was? Neunter, Achter. Achter. Komm her, Chris. Komm her, Kleiner. Nein. Komm her. Komm her. Bitte gehen sie weg. Ich werde sexuell belästigt. Nein. Ach komm. Nicht, dass du das nicht wolltest, ne? Sexueller Belästigungspanda. Von mir ist doch okay, oder? Nee, eigentlich nicht. Nur weil wir auf einem Bild zusammen waren, heißt das nicht, dass das jetzt immer so sein muss. It's raining chaos. Halleluja. Und in einer Fanfiction haben wir auch schon gesehen, ne? Ja, die darfst du gerne vorlesen, damit unsere Zuschauer da auch was von haben. Nein, ich wurde geflippt. Und... Scheiße. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Oh nein. Ich habe es gesehen, wie du da weggeflogen bist. Dann kann ich es ja gleich in deinem Livestream auch sehen. Was machen die da? Kuscheln die? Okay, ich überhole euch einfach mal. Ich bin Platz 11. 11, oh Gott. Das habe ich ja echt richtig krass zurückgeworfen. Ja. Ich war an der Führungsspitze. Was die ganz schön aneinander kleben. Ja, aber die ist nicht. Weißt du? Einmal Kleber reingeklatscht und schon... Ach so, ist das Game zu? Ich müsste schon sagen, dass das Spiel zu laut ist. Warum hast du dir das nicht selber gedacht? Dass das vielleicht daran liegen könnte? Weil das ja keine anderen Einstellungen ist wie in der Aufnahme. Deswegen eigentlich nicht so. Aber da wir jetzt am Mikrofon rumgespielt haben, habe ich gedacht, das Mikro ist einfach zu leise. Dann mache ich gleich das Spiel leiser. Keine Angst. Machst du doch einfach jetzt direkt am Rennen. Mhm, ja. Oh, du bist ja bestimmt gut. Welcher Platz bist du? Vierter. Vierter? Ja. Ernsthaft? Ja. Oh Gott, ich bin Zehnter. Deswegen. Ich krieg dich nie. Ich will mich jetzt gerade mal nicht leiser machen. Oder lauter machen. Keine Ahnung. Mach mal bitte, ja? Ich bin gerade ganz glücklich, so wie es ist. Solange du nicht erster bist, lohnt sich das nicht. Ach komm, das macht schon geldmäßig schon einiges aus. Nee, nicht so viel. Ja. Vierter und Elfter haben kann er nicht wissen. Oh nein, da ist ein Bein. Nein. Und er rammt mich natürlich. Er kann mich nicht einfach überholen, sondern er rammt. Und jetzt kommen noch drei andere, genau. Na klar. Ja. Wenn, dann Massenschlägerei. Ja, wenn, dann immer richtig hier, ne? Ja. Wenn, dann richtig aufs Maul. Ach Gott. Oh, ich seh's gerade im Stream, das ist mega lustig gerade. Richtig winzig. Ja, mietzig mietzig. Hallo, hallo. Ach man. Ah, diese engen Kurven sind genauso geil wie diese Bremsteile. Kommt aufs selbe raus. Ja, jetzt hast du auch wieder reale Chance mich zu überholen, ganz ehrlich. Ja, ich bin auch schon wieder Platz 9. Super, da bist du ja noch zwei Pätze hinter mir. Super. Bist du ja der gewissen Erroter. Ich hab Chris vor allem gesagt, ich krieg dich nie. Ich krieg dich nie. Das wird niemals passieren, dass ich noch kriege. Boah, dass dieser Typ da schon wieder so kräftig ist. Aber ich fühl mich halt einfach so super mega lahm gerade. Boah, das ist einfach frustrierend. Jetzt weißt du, wie ich mich mal fühle. Um und zu. Hä, so fühl ich mich meistens in unseren Aufnahmen. Ja, aber manchmal fühl ich mich auch so. Und wenn ich mich so fühle, dann aber richtig. Dann rage quitte ich. Ja, das stimmt. Das macht er wirklich stolz. Das macht er. Nein, nein, mach ich gar nicht. Würde ich nie machen. So. Du bist rot, ne? Nein. Nein. Ja. Ich hab's gesehen. Das war super. Die Kekse rammst mich auch noch. Aber du hast mich damit auch weggestoßen ein bisschen. Ich hab's gesehen. Die Kekse sind zu. Komm her. Ich hab dich gar nicht mit Absicht gerammt. Du Fingster. Aber man ist halt zu mir aufsicht. Kannst du gar nicht. Lass mich in Ruhe. Komm her. Lassen sie mich in Ruhe, Herr Mystery. Sie Arschloch. Wenn du den Vorsprung hast, hat das nichts zu heißen. Doch, alles. Ach echt nicht. Guck, tschüss. So, und jetzt wieder das schöne Bremsding, was so sinnvoll ist, wie es so sinnvoll ist. Sag dir mal. Hintadist. Aber hier ist kein Windshot, oder? Ist der Windshot dran? Weiß ich nicht. Ich kann's ja ausprobieren. Okay, dann lass mich mal kurz hinter dich. Ich probier's mal aus, ob Windshot ist. Okay. Nein. Entspann dich. Ich glaub, es ist echt kein Windshot dann. Ah, sonst hättest du mich schon dreimal überholt. Und hinter dir geht noch nie. Viermal. Ja, direkt an meinem Arsch, ey. Okay. Ich will längst noch siebter werden, jetzt bitte. Der Loki ist hinter dir. Der Loki. What? Der, das war der. Das war ich nicht. Was? Das war ich nicht. Nein. Wie wär das wir mindestens noch siebter werden? Hi, Benni. Sieben in sieben. Servus. Moinsehen. Ach man, ist das frustrierend. Die besten Unfälle aller Zeiten. Heute in GTA Online. Die besten Unfälle aller Zeiten. Oh, ja echt. Kennst du noch früher auf Super-LTL gab's Ups-Die-Pannen-Show? Oh, das hab ich richtig gerne geschaut. Das hab ich richtig gerne. Ich hab mir immer gedacht, ich müsste viele öfter irgendwelche Sachen filmen, dass ich irgendwann mal so ein bisschen Clip dort einsenden kann. Ja. Das hab ich gesehen. Wie du aufs Maul fliegst. Ach man. Ja, dann guckst du nochmal schön, dass du mal lachst noch drüber, danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gehst du zu real? Gehst du zu real? Gehst du zu real? Ja, wie spricht man denn den Namen richtig aus, wenn alle den falsch aussprechen? Erzähl mal. Sag kannst du das halt immer. Bei uns ein in das Geheimnis. Ja. Deines Namens. Golbchen, Golbin. Oh, es gibt noch eine Runde? Was? Ich hab das jetzt vorbei. Ne, drei Runden. Wieso? Ich hab schon die Hoffnung ausgegeben. Ausgegeben. Hast du die? Ausgegeben? Ich hab die Hoffnung ausgegeben. Hab ich das neues Jahr davon gekauft. Hast du viel dafür bekommen? Ne, ne. Moment. Deine Hoffnung ist auch nicht so stark, muss man sagen. Ach, Mann. Du glaubst halt nicht an deinen Traum. Aber herrscht denn, weil nur dann wird er ja wahr, ne? Ja. Aber bei dir wird er halt nicht wahr, weil du nicht dran glaubst. Das ist traurig. That's sad, bro. Sad story. Okay, komm. Irgendwie muss ich euch noch überholen können. Wo bist du denn? Auf welchem Platz? Ich bin Platz 6. Mhm. Platz 6. Du bist Platz 10, hab ich gesehen. Hab ich gesehen? Ja. Hast du dich gerellt? Hehehe. Ach, Mann, ey. Tannis, wie viele Leute sind wir im Rennen? Äh, 15, oder? Echt? Ich weiß nicht. Ne, ich glaub die Runde war nicht voll. 12. 10, 12. Vielleicht auch. Vielleicht auch 9. Vielleicht auch 11. Vielleicht auch 13. Ich geh einfach alle Zahlen durch. Einer davon wird's schon sein. Und was traurig ist. Einfach weißt, ich fahr hier wieder voll für Milch. Ich seh einfach gar keinen Kräuter. Ja, ist bei mir genauso gerade. Oh Mann. Sie kennt vor mir. Hinter mir. Kleben mir die Leute eh immer am Arsch. So sad. Sad story, bro. Ah, Goldbein. Ich sprich gar nicht. Goldbein. Sie ist notiert. Goldbein. 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 Die Bane. Der Böse. Goldbein. Goldbein. Boah, da fahren doch Leute hinter mir tatsächlich. Haha. Fahren doch heute Leute hinter dir, oder? Ja, das glaub ich mir gar nicht. Das ist, ähm. Krass, alter. Krass. Ist nicht der schlechteste von allen. Nur halb. Nur halb, ja. Das ist voll blöd. Ja. Nur, nur der halbschlechteste. Oh mein Gott, da ist jemand. Ich seh den neunten Platz. Alter, krass. Oh mein Gott, komm her. Oh mein Gott, komm her. Hey, dude. Ich hab'n Fehler. Ich will dich überhoben. Ah, ist so schade. Ich mag rennen nicht, wenn kein Windshot man ist. Ich auch nicht. Dann hat man weniger Chancen. Ist halt echt so. Ich versteh gar nicht, warum man diese Funktion überhaupt ein- und ausstellen kann. Gibt's das denn echt eigentlich, Windshotten? Ja, klar. Also Windshotten ist was ganz... Ne, klar. Ich spiele Mystery. Nie. Also ist das ganz physikalisch logisch. Ist einfach... Ich spiele Mystery. Ja. Ich spiele Mystery.